Ja, mo mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3 und heute werden wir uns einen Arzt besorgen. Du bist es aber nicht, oder? Nein, du siehst viel zu komisch aus. Schön, wie der Hintergrund trotzdem weiterredet. Nein, er ist der Trunkenwold hinter der Ecke da. Sollte er euch zuhören, sagt ihm, ich kündige. Er macht nichts als Ärger. Das wird mir langsam zu gefährlich. Ich habe Familie. Okay, Dr. White. Er ist also besoffen. Wir haben einen besoffenen Arzt. Das sind die Besten, habe ich gehört. Hurentöne! Muss ich auch noch zusammenschlagen für ihn. So. Erstmal Genick brechen. Ich dachte, wir schlagen die Leute zusammen und töten sie nicht. Dr. White. Ja? Mein Name ist Connor. Und wie kann ich dir helfen? Noch ein Zitat für die Zeitung, um es gegen mich zu verwenden. Ich mache dir ein Angebot. Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der Doktor, den die Briten in der ganzen Stadt verleumdet haben. White Death. Nicht? Freunde gaben mir deinen Namen. Warren und Prudence. Prudence ist schwanger und braucht die Hilfe eines Doktors. Prudence ist schwanger? Die haben es seit Jahren probiert. Vielleicht ist ein Tapetenwechsel genau, was ich jetzt brauche. Wir haben einen Alkoholiker als Arzt. Das kann ja nur gut gehen. Hey du! Ich bräuchte Munition. Kann ich irgendwie ein bisschen mehr Munition holen? Ich habe keine Ahnung. Wir kaufen einfach ein bisschen was. So, das wird reichen. Ja, fünf Kugeln. Perfekt. Okay. Hier sind wir soweit durch. Dann gehen wir mal zurück. Und hoffen auf das Beste. Okona, hast du einen Moment? Ähm. Scheiße. Nein. Ich habe keinen Moment. Ich habe mir meine Arme gebrochen. Ich kann dich nicht tragen. Schweinehirte. Ach, es ist noch nicht so weit. Oh, Schweinehirte bedeutet nicht, dass sie ihr Kind bekommt. Ansonsten wäre das eine ziemliche Beleidigung. Es ist eine Schweinehirte. Ich bin bereit, dich damit zu belästigen, aber Warren ist mit unserer Ernte auf dem Markt in Boston. Könntest du das Vieh zusammentreiben? Ich habe es versucht, aber das Kind in meinem Bauch nimmt mir den Elan. Natürlich. Ich kümmere mich darum. Okay, wie mache ich das? Erstechen? Obwohl, das leicht ist. Ich glaube, ich soll sie da reinscheuchen, ja. Da lang. Nein, du scheiß Schwein. Alter, geh in eine andere Richtung. Gott, kannst du das nicht selber machen? Du siehst doch selber aus wie ein Schwein mit deinem Bauch. Die werden denken, du bist ihre Mutter. Alter Schwein. Du gehst da nicht raus. Bleib drinnen, du scheiß Viech. Nein. Wie kann es dir aussehen? Alter, wie viel Energie hast du eigentlich? Oh ja. Das ist genau die Richtung, die ich will. Kann ich sie nicht übertragen? Ich bin ein starker Mann. Alter, was ich nicht alles auf mich nehme. Alter, geh in eine andere Richtung. Schwein. Ich bin doch kein Schwein zu mir. Ein Schwein sein auf dieser Welt. Ein Schwein sein. Alter, du gehst da jetzt rein. Ich verprügel dich. Ganz ehrlich. Besser einfach in die Kehle und dann ist gut. Na los, ab in den Pferd. Aber wenigstens Abendessen. Was der da macht, das habe ich noch nie gesehen. Danke. Ich auch nicht. Ein Assassine, der irgendwie Schweine rumtreibt. Cool. Einfach cool. Das ist das Coolste, was ich jemals gesehen habe. Alter Schwein. Gott sei Dank. Ah. Danke sehr, Connor. Das hätte ich allein nicht geschafft. War mir ein Vergnügen. Geht es dir gut? Oh ja. Ich könnte nicht glücklicher sein. Warren und ich haben so lange darauf gewartet. Und um ehrlich zu sein, es gibt keinen besseren Ort, eine Familie zu gründen. Weiß ja nicht. Betrunkenen Arzt? Ja. Das ist der beste Ort. Mittlerweile müsste er endlich wieder nüchtern sein. Weizen und andere Getreidesorten stehen nun bei den Farmen zur Verfügung. Bam. Yeah. Okay. Das nervige haben wir hinter uns. Gott. Ah. Zum Glück muss ich das nicht immer machen. Schweine rumtreiben. Wer tut denn sowas? Gut. Wir hatten zwei Missionen. Eine war hier oben, die andere ist hier unten. Und ich glaube, das ist doch Norris. Ach, Norris. Ja, da kommt Verstecher. Was ist denn nur los? Haben mir die Blumen nicht gefallen? Mag sie vielleicht keine Blumen? Ich meine, sie ist eine Jägerin. Hätte sie ein Schwein besorgen sollen. Hätte ich wenigstens ein, zwei weniger zutreiben müssen. Das wäre perfekt. Aber nein. In den Blumen. Uh. Ep. Zumindest würde ich ein Stück. Der arbeitet in der Mine. Der könnte Easy da so einen Diamanten rausholen für sie. Aber nein. Blumen. Sie hat sie gehasst. Ja. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Schlechte Neuigkeiten. Sie mochte die Blumen nicht. Sie ließ sie links liegen. Aber Prudence war sich sicher. Ich wusste, Myriam ist nicht der Typ für Blumen. Ich nehme mich dieses Rätsel selbst an, Norris. Na gut. Aber sie darf dich nicht sehen. Sonst hält sie mich für sonderbar. Ich bin eine Assassine. Ganz ehrlich. Niemand wird mich sehen kommen. Auf der Suche nach der perfekten Geschenkidee. Nicht erwischt werden lassen. Die kriegen wir hin. Und ich wette, es ist irgendwo 50.000 Kilometer entfernt. Was bist du denn? Ganz ehrlich, ne? Da lasse ich mich nicht drauf ein. Aber ich nehme jetzt nicht den Bogen. Ach, du warst ein Fuchs. Oh, ich dachte, du wärst ein Wolf gewesen. Oh Gott. Jetzt weiß ich, was die Leute immer gegen Wüchse hatten in Fallout 4. Sie dachten, es wären Wölfe. Ne, Quatsch. Das war Skyrim. Okay, da müssen wir auf die Lauer gehen, ja? Vielleicht sollte ich direkt mal hier hoch gehen. Obwohl, nein. Wir kommen da sonst nicht rüber. Tue ich doch gar nicht. Mit Hinweisen im Suchgebiet interagieren. Achso. Das nehme ich, ja? Was machst du denn da? Nix! Mann. Ich bin... Ich bin Connor, verdammt. Ganz ehrlich. Ich will doch gerne in Scheiße. Das wissen die. Hm. Ihr Messer. Kaputt. Aber wie sieht der Bein lächelt? Nicht schlecht. Nicht jeder könnte bei sowas gut drauf sein. Sagt das noch lauter. Ist ja nicht so, als würde sie da stehen. Man ist erst mal nicht entdeckt werden lassen und dann... Sie kann ein neues Messer gebrochen. Das ist ja gar nicht ganz stumpf. Es ist abgebrochen. Kann ich dir helfen, Connor? Hat das etwa mit Norris zu tun? Ja. Spoilert. Gott. Ich bin hier. Ah. Es ist kaputt. Es ist kaputt. Es hat nicht bessere Tage gesehen. Es ist tot. Bleierz und Schwefel stehen nun bei Norris zur Verfügung. Cool. Norris gibt nicht auf. Okay. Wir müssten jetzt alle in unserer Siedlung haben. Ich könnte mich... Ich kann mich nicht erinnern, dass da noch irgendwas dazu kommt. Das heißt, wir bleiben jetzt wahrscheinlich hier. Hoffentlich fürs Erste, bis wir einen Auftrag woanders kriegen. Und huch. Hier ums Eck ist ja gleich der nächste Auftrag. Das freut mich. Da muss ich wahrscheinlich hier hochklettern, ne? Das sieht doch hier schon mal ganz ordentlich aus. Jawohl. Oh, Norris. Wieso bin ich endlich da unten gewesen? War ich nicht eben gerade hier oben? Hallo? Hallo? Rohmaterial. Ich brauche deine Hilfe. Ich möchte ein Messer aus Stahl für Sie einfertigen. Ich weiß, wo es Eisenherz gibt. Doch leider gehört die Mine den Engländern. Und? Wird der Abbau lange dauern? No. Ein paar Sprengungen und ich habe, was ich brauche. Doch du musst für mich wache stehen. Ich erwarte dich an der Mine. Es ist nicht weit, gleich hinter dem Gelände. Cool. Er hat sich teleportiert, aber mich hat er zurückgelassen. Norris im Grenzland treffen. Oh je. Borten wir uns erstmal dahin. Wunderschön. Wunderschön. Da ist ein Konvoi und hier ist die Biene. Wir werden sehr, sehr viele Gegner haben. Siehste. Norris, ich kann mich auch teleportieren. Warner? Ich muss etwas Sprengstoff vorbereiten. Und ich glaube, der Knall wird die Briten auf den Plan rufen. Hm. Ohne Zweifel. Ich sollte vielleicht selbst etwas vorbereiten. Ich brauche nicht viel. Es scheint, du hast jetzt etwas Zeit. Was soll ich denn vorbereiten? Ja, ich könnte Fallen legen, ne? Soll ich Fallen? Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Menschen aufhalten kann. Ich bezweifle stark. Ich glaube, die werden einfach drüber gehen und denken sich. Hä, was war das denn? Was soll ich denn hier vorbereiten? Sag mal. Ich kann mich da hochklettern. Ich kann da hochklettern, ja. Na. Die Briten kommen. Achso, ich hätte die Bomben hinlegen können, ne? Irgendwann bin ich hier. Ich kann da alle weiter heute. Yay. Ich brauche euch mit den Fäusten platt. Ups. Zack. Ist eigentlich egal, welche Waffe ich nehme. Machst du einfach platt. Geh nix. Wo? Geh nix, Wirbelab. Zack. Kaputt. So. Ach, das ist der Konvoi da hinten, ne? Na, geht's euch gut? Kann ich euch pländern? Und die denn, sag mal. Ja, ist ja gut. Nein. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Ach, ich wollte ja nur nachgucken, was er da macht. Ihr Penner, ihr wart so faul, das zu programmieren. Gebt zu. Wir müssen noch mehr strengeln. Sei vorsichtig. Ja, gut. Das heißt, er wird das Ding nochmal hochjagen lassen. Zum zweiten Mal. Und wir. Werden höchstwahrscheinlich nicht wieder von da kommen. Komm, ich leg das hier mal bei den Fallen hin. Dann machen die Fallen wenigstens einen Sinn. Bist du jetzt langsam soweit? Ah. Bitte von da. Ich hab da extra ne Falle gelegt. Zu langsam. Haha, jetzt stirbst du. Hihihihi. So. Easy. Ihr könnt eigentlich nichts gegen mich machen. Das hab ich gar nicht gedrückt. Ich hab das gedrückt. Okay, fuck. Jetzt hör auf mit dem Scheiß. Ganz ähnlich. Ja, dann mach mal hin. Solange mach ich das hier. Warte. Ich hab meine Knarre gar nicht ausgerüstet. Kaboom. Sinnlos, ich weiß. Und dennoch hab ich's getan. Liebe sinnlose Dinge. Wie zum Beispiel Leichen zu durchsuchen. Die Kugeln für mich haben. Jawohl. Und schon bin ich voll. Ganz ehrlich. Das ist... Leute zu töten ist leichter als Kugeln zu kaufen. Das ist echt absurd, oder? Wieso sollte ich in den Laden gehen und mir was zu essen holen, wenn ich einfach den nächsten Typen mir einfach erlegen kann? Ganz easy. Ach. Ist auch schon soweit. Jetzt kommt bitte von da. Ich hab's extra vorbereitet für euch. Ach, verdammt. Da sind sie zuerst gekommen, ne? Unter dem Besitz. Stopp sie! Au. Hat sich aufgepasst. Jetzt den Kollegen umgehauen. Rückwunsch. Ihr habt eure eigene Typen platt gemacht. Ach. Warum du? Nein, falsche Taste. Oh Gott. Bin ich desynchronisiert? Hab ich's geschafft? Ich weiß es nicht. Ich bin desynchronisiert. Wie, 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 wo, 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 wie ist das denn passiert? Na gut, na gut. Mach mal hinne hier. Wir haben hier noch keine Zeit. Dann nehmen wir jetzt diesmal wirklich einen von denen. Packen den da so hin. Kann warten. Oh ja. Und ich hab was Nettes für euch vorbereitet. Die rauben uns unseren Besitzern. Schadeezy! Ach verdammt! Er schießt euch gegenseitig, genau. Das war der Plan. So ist der jetzt gestorben? Wollt ihr nicht mal was machen oder so? Wollt ihr nicht mal was machen oder so? Oh ja, ist so platt. Auch wenn ich da hinten sehe, dass der Konvoi übelst am Start ist. Aber den können wir ignorieren. Wunderschön. Ich weiß zwar nicht, wie er die Fässer hier herbekommen hat, aber... Naja. Aber von uns wird geschossen, kann das sein? Und scheint. Naja. Soll mir egal sein. War da hier noch irgendwas im Grenzland? Ah, ich hab da ne Kiste übersehen. Siedlungsmission. Na gut, dann sehen wir uns da. Schnellreise nicht verfügbar? Auch wegen den Spackos oder was? Verschwinde hier, Bursche. Das geht dich nichts an. Das geht dich nen Scheiß an, was ich hier mache. Ich muss erst mal drei Leute töten, damit die es überhaupt realisieren. Hier. Ja, vier Leute getötet, bis sie überhaupt reagiert haben. Was mit dem Letzten? Huh? Der Letzte hat sich nen Keks gefreut, dass er überlebt hat. Cool. Hau ab! Oder ich schieße ihn mal... Hast du was gesagt? Verletzt? Ein Schmied! Vielen Dank, Fremder. Was hatten die vor? Die Bande hat mich über das Land gezerrt, als abschreckendes Beispiel für Deserteure. Nun sag, wer bist du? Connor. Ein Deserteur, sagst du? Ich befürworte den Krieg nicht und ich liebe dieses Land. Was hat man davon? Ich bin David Walston. Manche nennen mich Big Dave. Darf ich fragen, wo du lebst, damit ich meine Schuld zurückzahlen kann? Könnte etwas dauern. Wir Schmiede verdienen zur Zeit nicht allzu viel. Unsere Gemeinde ist nicht weit von hier und wir brauchen wirklich sehr dringend einen Schmied. Wie wär's, wenn du bei uns arbeitest? Nun, das würde das Zurückzahlen erleichtern. Ich bin dabei. Easy. Wir haben somit einen Schmied, der auch aus dem Eisen eine Klinge fertigen kann. Perfekt. Die Leichen sind weg. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge und dann werden wir in unsere Siedlung aufbrechen. In unsere Siedlung. Ach. Wir müssen extra hier rausgehen und da reingehen. Das ist euer Ernst. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Tschüss. Tschüss.